So, auf geht's zum nächsten Mission, hier erklärt's jetzt die Generäle, wir müssen hier die zwei Kammernweißpreise erledigen, letztendlich war es bei mir eher eine Katz-Mission bisher, weil ich immer alle getötet habe, bis ich mal an beide herankam und ja, letztendlich rücken hier auch keine Bizer nach, also wirklich eigentlich schon eine schöne Katz-Map und also Kill or Rockers, Kill or Zombies, wie man es auch immer nennt und letztendlich gibt es hier nicht mal Spawn an der Stelle und das sollte eigentlich mit die einfachste Map im Set sein. So, sobald beide tot sind, ist die Mission schon geschafft. Ah nein, wir haben hier noch einen zweiten, also es ist wirklich eine Katz. Okay, ich hatte bisher nur den Fall, dass der zweite Oberbizer, wie er hier genannt wird, davon gerannt ist und dann waren wirklich alle tot und daher habe ich jetzt gedacht, man muss wirklich nur die Oberbizer töten, aber es ist eine Katz-Map und ich würde behaupten auch noch eine sehr einfache Map, weil man hier nicht schon direkt am Anfang belästigt wird von den Bizer. Also recht einfache Katz-Map, die hier denke ich bis zum Ende keine Riesenprobleme bereiten wird und man kann sich ohne schön verschanzen. Das sollte eigentlich mit Mörser und Keksen ziemlich gut funktionieren. Ciao!